Meisterschaft im Microgolf. Ein neuer Trend sorgt weltweit für Furore. Microgolf, ähnlich wie beim Tipkick, wird dabei eine Spielfigur zum Abschlag gebracht, um die kleine Kugel einzuloggen. Am Sonnabend finden im Frankfurter Englisch Theater die ersten deutschen Microgolf-Meisterschaften statt, ab 12 Uhr. Also an alle, die dringend ein neues Hobby suchen, hingehen und einlochen.